Hallo und herzlich willkommen zur Leuchtmasse, dem Uhren-Podcast mit Ralf. Uhren sammeln mit Sinn und ohne Verstand. Heute geht es um ein Thema, das mir sehr nah am Herzen liegt. Und ich sage Uhren-Blog. So haben sie angefangen. Es war ein Blog über Uhren, eine Webseite, die über Uhren geschrieben hat. Und ja, das ist vor Jahrzehnten gewesen, dass dieses Uhren-Blog gegründet worden ist von Ben Kleimer, der immer noch, ja, ich glaube der CEO oder nicht wirklich CEO, aber auf jeden Fall, der Gründer ist immer noch in der Firma drin. Ja, ich sage jetzt Firma. Es war am Anfang ein Ein-Mann-Unternehmen quasi, eine Person, die hat das gegründet und angefangen über Uhren zu schreiben. Er ist maßgeblich darin beteiligt, dass ich in dieses Hobby reingerutscht bin. Er hat angefangen halt extrem gut über die Uhren zu schreiben, über was er da gelernt über die Uhren. Und man hat dann also auch mitgelernt mit ihm. Die hat Videos gemacht über bestimmte Uhrenmarken oder aber auch Uhrmacher, die halt die Uhrmacherkunst selber und was daran so besonders war, die Technologie, der Mechanismus, diese kleine Welt innerhalb der Uhr. Also wunderschön wurde darüber berichtet. Und natürlich hat das mich in den Bann gezogen. Die gesamte Uhrenindustrie wurde auch berücksichtigt zum Teil, dass man also dort halt über die Firmen gesprochen hat, die kleinen Firmen, die unabhängigen Firmen, die Geschichte der Firmen. Und es war wirklich ein tolles Uhrenindustrie, ein Einblick in die Uhrenindustrie, den man sonst nie so gehabt hatte. Und es war klar ausgerichtet, das Publikum war der Kunde quasi, also der Kunde von Uhrenfirmen oder der Uhrenliebhaber, der Uhrenenthusiast. Es war kein B2B-Uhrenblock quasi, sondern es war wirklich für die Uhrenenthusiasten abgezielt auf uns, auf die Sammler, auf Leute, die das als Hobby haben, die das interessiert. Ah ja, was ist nun geschehen? Ich rede darüber heute, ich muss das ein bisschen vorweg nehmen, weil Houdinki nicht mehr das ist, was es mal war. Und warum ist das so? Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Und zwar, wir arbeiten uns da so langsam durch, was mit Houdinki geschehen ist, warum sie jetzt langsam, ich sage mal nicht langsam, sondern ja, Leute entlassen haben, mehrfache, die hatten einige Wellen, dass sie Leute entlassen haben. Mehr als 150 Leute haben mal für Houdinki gearbeitet in 2022. Ist jetzt nicht mehr der Fall. Das war also unglaublich, es ist sehr, sehr groß geworden. Wie sind die da hingekommen? Also ich werde das jetzt mal so hoffentlich halbwegs chronologisch ein bisschen, ja, so auseinanderpuzzeln hier. Mit dem meteoritenhaften Aufstieg, was an sich auch ein bisschen komisch ist, dass man das meteoritenhaft nennt, denn der Aufstieg ist normalerweise nicht, wie ein Meteorit auf die Erde knallt, sondern der fällt ja dort runter auf die Erde. Das ist also kein meteoritenhafter Aufstieg. Warum sagt man das eigentlich? Wieso habe ich jetzt diesen Gedanken? Naja, okay. Also der Aufstieg von Houdinki, die halt das mehr oder weniger das Medium für Uhrenblocks erschaffen haben, zusammen mit A Block to Watch von Al Adams, Ben Kleimer und Houdinki, das waren so die beiden, die das ganz, ganz am Anfang angefangen haben, über Uhren zu sprechen als Industrie, als ein eigenes Thema, nicht nur als beiläufiges Thema, wie ach ja, da gibt es die Schmuckindustrie und ja, es gibt auch Uhren, sondern das war wirklich nur auf die Uhren bezogen und zwar mechanische Uhren meistens halt hauptsächlich. Naja, auf jeden Fall, was hat, was hat, das hat angefangen, dass dann also auch irgendwann Leute oder die Uhrenfirmen natürlich gesagt haben, oh, da ist ein großes Publikum, diese Webseite hat viel Zulauf, ein großes Viewership quasi, also das heißt, da gibt es viele Seitenaufrufe, da können wir dann ja irgendwann mal auch Werbung schalten. Das hat dazu geführt, dass man natürlich mehr oder weniger auf einmal Geld verdient hat, mit diesem Hobby über Uhren zu berichten, wurde das eine Firma, eine wirkliche, ein For-Profit-Unternehmen wirklich, dass das vielleicht so auch gar nicht man sich vorgestellt hatte. Das führte natürlich auch wieder dazu, dass man zum Teil halt kritische Gedanken oder kritische Reviews über Uhren dann halt doch nicht so frei von der Leber erzählen konnte, denn man muss sich das ja so überlegen, wenn der, sagen wir jetzt mal Omega ist ein Hauptsponsor meiner Firma, meiner Webseite und ich habe diese neue Omega Uhr, die vor mir liegt und ich schreibe da gerade einen Testbericht quasi drüber, einen Review und ich mag die Uhr nicht und ich werde das dann halt in meinem Testbericht auch dann halt sagen. Das kann dann natürlich dazu führen, dass die Firma Omega dann sagt, na okay, nächstes Jahr, dann inserieren wir halt nicht mehr mit dir. Und das ist natürlich immer ein bisschen problematisch im Journalismus, anfangs noch nicht so sehr, aber man hat dann, glaube ich, bei Hodinkee gesagt, ja, weißt du was, wir machen das einfach so. Wir machen keine schlechten Reviews. Das heißt, alles bei Hodinkee war immer ein bisschen schön. Und das war eine schöne, wunderbare Welt. Schlechte Reviews gab es dort nicht. Das bedeutet nicht, dass es keine schlechten Uhren gab. Die gab es ganz sicher. Es gab fürchterliche Uhren. Man hat bloß nicht darüber berichtet. Man hat nur über Uhren berichtet, die das Team gut fand. Schlechte Reviews wurden einfach nicht veröffentlicht, weil man gesagt hat, dafür ist unsere Zeit zu schade, über Uhren zu sprechen, die wir nicht mögen. Ja, kann man so oder so sehen. Aber na gut. Unabhängiger Journalismus ist da ein bisschen anders und es ist auch ein guter Service für den Kunden, wenn kritische Reviews natürlich publiziert werden. Denn das gibt uns die Informationen. Wir müssen ja nicht mit denen übereinstimmen. Wir können ja trotzdem diese Uhr kaufen. Aber naja, auf jeden Fall ist es immer gut, wenn man kritische Stimmen hört. Aber dem sei jetzt sowas nicht bei Hodinkee. Ja, und dann hat man irgendwann angefangen, nicht nur Werbung von Uhren zu nehmen oder für Uhren Content zu produzieren, zum Beispiel Videos zu machen für Uhrenhersteller und sonstige Sachen, die ja so ein bisschen gesponsert waren. Sondern man hat dann auch angefangen zu sagen, okay, wir verkaufen jetzt selber Produkte, die ihn so tangenziell mit den Uhren zu tun haben. Also Armbänder, Armbänder, wie habe ich das denn mit darunter? Armbänder. Dann, ja, wie heißen die? Uhrenrollen und Uhrenschatullen. Dann fing es dann auch an. Irgendwann hat man dann so Sondereditionen angefangen. Nato-Bänder natürlich und all diese ganzen Sachen, alles mit Hodinkee-Branding. Und Hodinkee hatte so einen guten Riecher für Sachen, die irgendwo fehlten, die es so von den etablierten Herstellern nicht gab. Und so ein bisschen auch dazu geführt haben, dass Leute das einfach gesagt haben, ja, ich wechsle jetzt mal ein Band. Und so ein Hodinkee-Band, das war nicht günstig. Das war hervorragende Qualität. Und es war schick. Es war cool. Es hatte so ein bisschen Stil. Und da, naja, auf jeden Fall haben sie sich da so recht gut etabliert. Und irgendwann haben sie dann auch angefangen zu sagen, ja, wenn wir denn schon so ein großes Publikum haben und so viel Umsatz machen und so viel verkaufen können, warum verkaufen wir nicht auch Uhren? Und Hersteller nach Hersteller hat dann Hodinkee erlaubt, die Produkte online zu verkaufen. Und das ist auch eine Sache, die es nicht so oft gab zu den Zeitpunkten, wo sie das angefangen haben. Da haben viele Hersteller gesagt, Online-Verkäufe gibt es dann nicht offiziell, sondern die gibt es nur bei bestimmten ausgesuchten Händlern quasi, die online verkaufen dürfen. Und die hatten meistens natürlich auch regional irgendwelche Begrenzungen. Zum Beispiel, okay, du kannst online verkaufen, aber du darfst nur an den amerikanischen Markt verkaufen. Bei Hodinkee war das immer anders, komischerweise. Die durften international verkaufen, aus den USA. Wie die das geschafft haben, keine Ahnung. Aber es ging. Und dann haben sie also angefangen, als Konzessionär quasi aufzutreten und bestimmte Uhrenmarken zu verkaufen. Ja, was geschah dann? Ja, es gab eine Menge andere Produkte, die man anfing dort zu verkaufen. Immer mehr. Natürlich wurden Uhren verkauft. Und natürlich entwickelte sich dann auch das Uhrenblock weiter. Man hat natürlich über Uhren weitergesprochen. Man wurde natürlich von der Uhrenindustrie hoffiert. Und ja, vielleicht ist der Erfolg einen ein bisschen zu Kopf gestiegen. Man hat Investoren dazu bekommen. Man hat auch angefangen, dann selber irgendwie Uhren auf den Markt zu bringen. Wir erinnern uns an die Tischuhr, die Schreibtischuhr, die Hodinkee auf den Markt gebracht hat für unerhörte 12.000 Euro oder sowas. Das war, uff, die hatte, die hatte einen riesen, riesen Wind gemacht. Das war so der erste Aufschrei durch die, durch die Uhren-Enthusiasten-Gemeinde, die dann gesagt hat, habt ihr jetzt alle noch alle Tassen im Schrank? Jetzt seid ihr von allen guten Geistern verlassen. Was war das denn? Na ja, und dann kamen noch andere Sachen dazu, wie Uhrenversicherungen oder auch andere Ideen, die man dann hatte. Lifestyle-Sachen, die ihm noch so tangenziell noch damit zu tun hatten, die man auch verkauft hat. Ja, und dann hat man angefangen, dann eben noch nach neuen Richtungen zu suchen, wo man noch den Umsatz steigern kann. Und dann hat man gesagt, okay, wir kaufen jetzt, wir haben jetzt neue Uhren, die wir verkaufen, lass uns auch gebrauchte Uhren verkaufen. Und anstelle selber so einen gebrauchten Markt aufzuziehen, kaufen wir einfach eine Firma, die das schon hat. Und das war Crown & Caliber, auch in den USA. Dann hat man also Crown & Caliber mit seinen 75, ja, 75 Angestellten mit übernommen. Das war immer noch die Zeit, wo wir Autoren hatten wie, ich glaube, Joe Thompson, Jack Foster, Cara Bennett, Stephen Pulverand und noch ein paar andere, die ich jetzt vergessen habe. Aber das war so die Kerntruppe. Der Joe Thompson, der hatte, der war auf seiner ersten Watches & Wonders oder Baselworld oder wie die immer damals noch hießen, in 1979. Der war ein Industrieveteran, der kannte sich aus. Das ist der einzige Reporter, der mir bekannt ist, der zweimal ein Interview mit dem Rolex-CEO bekommen hatte. Ansonsten macht der Rolex-CEO, egal wer es ist, der gibt keine Interviews. Rolex gibt keine Interviews. Die machen das nicht. Ich weiß nicht, das ist halt, man ist da sehr, sehr geheimnisgrämerisch. Jack Foster natürlich, der konnte, der konnte 10.000 Worte oder was weiß ich, 50 seitenlange Artikel schreiben über die Form der Zeiger von Uhren oder die Oberflächenbehandlung von Uhrengehäusen. Und es war nie langweilig. Der hatte eine Art zu schreiben, die war fantastisch. Cara Bennett als eine der seltenen, zu der Zeit jedenfalls noch seltenen Damen in der Uhrenwelt, hat auch immer eine sehr, sehr interessante Perspektive geboten. Stephen Pulverian hat auch Bücher geschrieben, andere Sachen, auch ein hervorragender Schreiber. Ja, Autor, nicht Schreiber, Autor. Die haben so Hodinkee geprägt und die haben auch mich geprägt. Das war für mich, das war so eine Art Zuflucht in diese heile, schöne Uhrenwelt, wo alles irgendwie, ineinander greift und gut funktioniert. Auf jeden Fall ist Hodinkee immer größer geworden und hat sich dann am Ende mit einem großen Investor noch zusammengetan. Die Louis Vuitton, Moethe und Hennessy Gruppe hat investiert in Hodinkee und ich glaube, damit kam dann die Idee, okay, jetzt starten wir richtig durch mit einem großen Investment. Jetzt machen wir Hodinkee in ein Fashion-Portal, ein Lifestyle-Magazin. Und auf einmal sind all die ganzen alten Autoren und Schreiber, die sich wirklich mit, ja, über stundenlang wahrscheinlich über Zeigerformen streiten konnten oder wo das richtige Datumsfenster ist oder wie auch immer, die wurden dann so also langsam entweder herauskomplimentiert oder haben die Firma verlassen. und es hat sich entwickelt in einen, wirklich in einen Mr. Porter oder einen Gentleman's Quarterly oder sonst irgendetwas in so ein GQ, keine Ahnung. Man hat versucht, ein Lifestyle-Magazin zu werden, TMZ oder sonst was aus den USA. Und hat dann irgendwie so leicht seine Original-Leserschaft vor den Kopf aufgestoßen ein bisschen. Da waren dann so Editorial-Text, Editorials, wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. Die haben dann zum Beispiel die How to Wear It zum Beispiel, wie man es trägt. Und da gab es dann so einige Autoren, die aus der Modewelt kamen. Die haben dann halt sehr interessanten Modeartikel auf die Webseite gebracht, wie man zum Beispiel seine Chopin Alpine Eagle oder seine Katje Tenk am besten trägt und mit welcher Kleidung. Wenn man sich diese Artikel anschaut und vor allem die Kommentare unter diesen Artikel, dann weiß man, was für abstruse Modeintensilien und Kleidung dort halt angepriesen wurde. Und das hat Uhrenliebhaber verstört, sage ich jetzt mal. Der traditionelle Uhrenliebhaber hat das nicht verstanden. Und ich möchte dazu persönlich noch was sagen. Und zwar, ich kenne von meinen Freunden und Bekannten und Uhrensammlerbekannten, also 90 bis 95 Prozent von denen würde ich im Leben nicht für einen Mode- oder Stil- oder Trendberatung konsultieren. Das sind nicht die Leute, die den besten Riecher haben für irgendwelche Modetrends. Ganz, ganz sicher nicht. Wenn wir uns die meisten Uhrenreporter anschauen, die Uhren-Podcaster oder YouTuber, würdet ihr die oder würdest du diese Leute fragen nach irgendwelchen, hey, Louis Vuitton oder Loro Piana? Nee, nee, das sind nicht die Leute, die man nach sowas fragt. Das sind Leute, die kannst du fragen, findest du das Zenit El Primero Chronografenwerk besser als das Breitling B01? Da kann man sich drüber unterhalten. Da kann man fachsimpeln. Aber das sind nicht Leute, die irgendwie Modetipps geben. Und das hat irgendwie, da war der Disconnect, glaube ich, wo Houdinki gesagt hat, hey, wir sind so cool mit den Uhren. Und wir sind so quasi die coolste Firma in der Uhrenindustrie mit unseren Kollaborationen, die wir mit den Uhren machen. Das muss ich auch noch kurz sagen. Diese Kollaborationen, die man gemacht hat, die waren so gut. Diese Sondereditionen, die waren zum Teil in Minuten, Sekunden ausverkauft, diese Limited Editions oder Sondereditionen und Kollaborationen mit Uhrenfirmen. Bestimmte Farbkombinationen, bestimmte Ziffernblätter, bestimmte Aussehen der Uhrendesigns, die gab es halt nur bei Houdinki in deren eigenen Shop. Und die gab es dann halt auch nur für eine sehr kurze Zeit oder eine bestimmte Stückzahl. Das war quasi FOMO, die Hype-Uhren, die hatte, glaube ich, Houdinki mit erfunden quasi. Ja, und das hat auch dazu geführt, dass man, ich glaube, sich einfach, sie konnten fast alles, egal was es war, auf den Markt bringen und es verkaufte sich wie warm Brot. Ich bin auch davon abhängig gewesen, nicht abhängig, ich bin dafür schuldig gewesen, denn ich habe auch einige dieser Sondereditionen oder Limited Editions gekauft. Ja, das sind zum Teil, wenn es günstiger Uhren sind, ein bisschen Impulskäufe gewesen, wie zum Beispiel irgendwelche Swatch-Sondereditionen, System 51 und so weiter damals. Oder ein paar Oris-Versionen, ein paar Grand Sego. Es hat eine Menge von diesen Sachen gegeben. Die ist nur bei Houdinki gehabt. Das war so damals außergewöhnlich. Es haben andere versucht zu kopieren, wie Revolution Magazine aus Singapur, aber die haben es nicht ganz so hinbekommen. Mittlerweile machen die das auch und zwar sehr, sehr viel, auch sehr, sehr erfolgreich. Time and Tide, One and Wound, Fratello, Monochrome, all diese ganzen anderen Uhren, Webseiten und Blogs, die können auch mittlerweile Sondereditionen, limitierte Editionen machen. Ich sage mal so, der goldene Touch, das goldene Händchen, das Houdinki damals noch hatte mit diesen Sondereditionen, hat sich ein bisschen abgenutzt. Man hat es verwässert. Es war zu viel. Es war zu viel Massenmarkt. Es ging, glaube ich, nur noch ums Geld. Und das hat man gemerkt. Und da fing es an, dass man die Enthusiasten sowieso schon angefangen hat zu verlieren. Und dann hat sich das beschleunigt. Ich glaube, man hat dann gedacht, okay, mit dieser Investition, Louis Vuitton und so weiter, wir verlieren zwar unser Kernpublikum ein bisschen, aber wir nehmen den durchschnittlichen Uhrenkäufer dazu, der einfach nicht Uhren sammelt, der ist kein Enthusiast, sondern der ab und zu mal eine Uhr kaufen möchte. Das ist das Problem. Die Person, die ab und zu mal eine Uhr kauft, alle paar Jahre und dann nur eine Uhr trägt, die liest nicht jeden Tag über Uhren. Das sind nicht die Leute, die jeden Tag sich mit Uhren beschäftigen, in der Regel. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Regel sind das nicht die Uhrensammler, die Uhrenenthusiasten. Das heißt, diese Leute haben nicht so diesen Traffic gebracht auf die Webseite. Und dann hat man natürlich gedacht, okay, aber wenn die halt sich nur ab und zu mal eine Uhr kaufen, dann können wir denen ja auch das ganze andere Zeug verkaufen. Und so ist diese Firma irgendwie Houdinki in so einem Gemischtwarenladen geworden, mit diesem ganzen Fashion-Advice und ja, überhaupt diesem Lifestyle-Gedöns. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Übrigens, sorry, ich habe mich da noch vertan. Das war diese Sanduhr, die sie damals verkauft haben von, wie heißt der Designer, der jetzt bei Apple ist, Mark Newson. Ja, irgendwie sowas. Der hat eine Sanduhr entwickelt für 12.000 Euro, ein Glas. Das ist eine Sanduhr, ein Glas-Sanduhr. Das war auch unfassbar. Da hat man gedacht, was ist denn jetzt kaputt? Seid ihr bescheuert? Und ja, dann noch diese Tisch-Tisch-Alarm-Uhr, die man dann aus New Old Stock, also irgendwo hatten sie irgendwie alte Uhrwerke gefunden, haben die dann in eine Tischuhr eingebaut und es war ganz super. Und die hat 4.000 Euro gekostet und das war auch, es hat zu einem kleinen Skandal geführt. War so der Anfang vom Ende. Ja, und das, wie gesagt, man hat also gedacht, wir werden jetzt dieses große, große Lifestyle-Magazin. Hat aber immer weniger seine Enthusiasten mit den Artikeln versorgt, die sie eigentlich so gerne lesen wollten. Dann hat man halt Crown & Caliber akquiriert, die Gebrauchtuhrenmarke, weil man gesagt hat, okay, als Konzessionär verkaufen wir jetzt diese Uhren, das ist schön, aber jetzt wollen wir auch Gebrauchtuhren verkaufen. Denn da war ja während der Covid-Krise, da war der Markt drin, da war es ja super, die Preise gingen hoch, da konnte man natürlich viel Geld mitmachen. Und wie kann man damit schnell einsteigen? Indem man jemanden kauft, anstelle es selber von klein auf anzufangen, hat man gesagt, okay, wir kaufen einfach eine andere Firma dazu. Man hatte das Geld durch die Investoren und hat gesagt, okay, wir kaufen Crown & Caliber. Die waren schon in dem Markt gut eingesessen, im Gebrauchtuhrenmarkt, besonders im Vintage-Rollex-Markt und sonstigen Sachen, da kannten die sich sehr gut aus, hatten 75 Mitarbeiter zu der Zeit und die wurden halt zu Houdinki integriert. Man hat dann auch gesagt, jetzt machen wir auch noch eine Houdinki-Boutique auf in New York und hatte da auch schon ein Geschäft gemietet und hatte das schon angefangen auszustatten und sowas. Hat aber letztendlich auch nie eröffnet. Es war ganz komisch. Und man hat dann irgendwie angefangen, als man dann halt diese ganzen Gebrauchtuhren auch hatte, dann fing langsam der Markt an, sich andersrum zu entwickeln, nicht mehr aufwärts. Und man saß dann auf diesem Crown & Caliber mit irgendwie, keine Ahnung, tausenden von Uhren im Inventar und die Preise gingen runter, die man alle teuer eingekauft hat. Nicht gut. Dann hat man immer angefangen, dieses auf dem Inventar gesessen, hat gesagt, okay, das ist nicht so gut für die Bilanz, die Cashflow ist Mist, also müssen wir Leute entlassen. Und dann haben sie irgendwie in den letzten 24 Monaten vier große Kündigungswellen hinter sich gehabt, obwohl, wie gesagt, Houdinki immer noch der große Name war. Irgendwie hatten sie immer noch ein relativ großes Image, obwohl sie überhaupt nicht mehr diese Besucher hatten von den Enthusiasten. Ich habe das gemerkt mit allen meinen Sammlerfreunden, die haben viel über Uhrenartikel gesprochen, aber relativ wenig über Houdinki. Ich selber habe gemerkt, dass ich zum Teil monatelang nicht einen einzigen Houdinki-Artikel gelesen habe, wo ich sonst wirklich es quasi verschlungen hatte. Naja, deswegen, wie gesagt, Kündigungswellen. Sie hatten zu Spitzenzeiten 2022 so circa im September, glaube ich, circa 150 Leute, Mitarbeiter, die bei Houdinki und Concalibur gearbeitet haben. Mittlerweile, so sagen die Gerüchte, nach diesen großen Kündigungswellen, sind da jetzt nur noch zwischen 30 und 75 Leute angestellt. Das Crown & Calibur-Team, wie gesagt, war alleine 75 Leute stark und ist mittlerweile nur noch 20. Und als man dann so vor einem Jahr, glaube ich, war das etwas vor einem Jahr, hatte man dann halt zum Beispiel alle Uhrmacher und Uhrentechniker entlassen. Und für einen Gebrauchthuhrenhändler, der sich damit gebrüstet hat, dass sie die Ohren authentifizieren, ich kriege es nicht hin, authentifizieren, genau, jetzt habe ich es hingekriegt, und auch reparieren und Service durchführen. Und man hat dann keine Uhrmacher mehr und keine Uhrentechniker. Das heißt, das komplette Business haben gesagt, weg damit, machen wir nicht mehr. Und ganz, ganz komisch, diese Entwicklung. Also man hat sich wirklich dann, es ist auf dem Abwärtstrend gerade. Und dann in der letzten Zeit merke ich das auch wieder, wenn man, wie gesagt, wenn man sich anschaut, how to wear it, diese Artikel, die man da sieht, es ist grausam, es ist zum Teil schmerzhaft, das sich durchzulesen. Diese, die Modesprache, die man vielleicht in der Vogue lesen würde, in einem absoluten Modemagazin, auf einem Uhrenblock, kann interessant sein, wenn es gut gemacht ist und irgendwie ein, ja, wenn es da, also so eine Überlappung gibt zwischen den Uhren und der Mode irgendwie. Aber es nimmt auch die Uhren ein ganz kleines bisschen zu wichtig, wenn man sagt, okay, wie trage ich denn meine Cartier Tank am besten? Was ziehe ich denn dafür an, wenn ich die Uhr trage? Das ist ja in der Regel immer umgekehrt. Ich habe ein Outfit und dann nehme ich die passende Uhr dazu. Aber wie dem auch sei, man hat sich das irgendwie, keine Ahnung, also das war auf jeden Fall Anfang von mir. und mit der Entlassung von diesem ganzen, diesem kreativen Team mit Colin Caliber, merkt man jetzt so langsam, wie das ein bisschen zurückkommt. Ich glaube, man hat das ganze Lifestyle-Gedöns festgestellt, das hat nicht so funktioniert. Man verliert Einfluss, man verliert Aufmerksamkeit. Das bekommen andere mehr derzeit. Ich habe ja so ein paar Namen schon genannt. Das FOMO nach Hodinkee-Sondereditionen ist leider auch nicht mehr da bei Hodinkee. Es haben schon so viele andere, die jetzt limitierte Editionen machen, so viele andere Kollaborationen, die es gibt. Zum Teil eben Uhrenfirmen machen das jetzt selber mit Auswärtsfirmen. Da ist Hodinkee nicht mehr, da braucht man Hodinkee nicht mehr für. Ich denke, man stellt jetzt fest, dass man sich so langsam wieder auf die Kernkompetenz konzentrieren muss, nicht immer alles zu verkaufen. Ich habe ja ganz vergessen zu erwähnen, man verkauft ja auch noch Versicherungen über Hodinkee. Das heißt, man kann seine Uhren versichern. Natürlich haben die sich mit einem Uhrenversicherungsunternehmen oder einem Versicherungsunternehmen zusammengeschlossen und haben angefangen, Uhrenversicherungen zu verkaufen. Denn das kann man sich gar nicht mehr so, ja, also eine Menge Zeugs haben die versucht, einem zu verkaufen. Und es hat sich, also Hodinkee hat sich von einem Enthusiasten-Uhrenmagazin, das sich durch Werbung finanziert hat, zu einem Shop entwickelt, der einem ständig was verkaufen wollte. Egal wo. Und man dem nicht mehr vertrauen konnte. Ist der Review jetzt wirklich gut, wenn im Review auch schon der Link zum Shop steht? oder man eine gebraucht über Vintage-Uhren schreibt und sagt, ach, übrigens, die ganzen Uhren, die wir im Artikel genannt haben, kannst du auch bei uns kaufen. Das ist also so ein bisschen, ich weiß nicht. Man geht jetzt, glaube ich, zurück auf die Kernkompetenz und schreibt über Uhren. Das ist wieder schön, das zu sehen. Ich hoffe, dass Hodinkee die Kurve kratzt. Sie haben so viel ihrer traditionellen Leserschaft verprellt. Wir haben eine Menge Alternativen mittlerweile. Ich weiß nicht, ob es zu spät ist, wenn sie es wirklich das Ruder rumreißen, diesen Kurswechsel, ob sie das schnell genug und drastisch genug hinbekommen, dass die Leute zurückkommen. Oder ist es schon zu spät? Haben die schon Alternativen gefunden und sind da glücklich? Das ist die große Frage. Das werden wir jetzt wahrscheinlich in der Zukunft sehen. Ob das wirklich der Anfang vom Ende ist und wir sehen jetzt bald Hodinkee irgendwie in die Versenkung verschwinden, weil sie einfach nicht mehr wichtig sind in der Industrie, die sie so stark beeinflusst haben, die sie mit in diese die Uhrenindustrie, diese Riesenuhrenwelle, die Hypewelle, die wir hatten, das ist mit, die sind mitverantwortlich daran. Das ist, die haben das, diese Welle mit kreiert. Und das ist irgendwie schade, wenn man dann sieht, wie die daran ein bisschen an der Überschätzung, an der Selbstüberschätzung irgendwie zugrunde gegangen sind, wenn man gedacht hat, wir können jetzt, wir können alles. Wie gesagt, es gibt Leute, zum Beispiel Tim Mosso von Watchbox, wo jetzt auch Jack Foster übrigens arbeitet. Tim Mosso, netter Kerl, den habe ich schon dreimal getroffen und mich sehr, sehr nett mit ihm unterhalten und eine halbe Stunde lang nur über Uhren gefachsimpelt. Es war wirklich schön. Es ist ein echt netter, netter Kerl. Und er hat ein enzyklopädisches Wissen über Uhren, was einfach fantastisch ist. Und wenn man ihm eine Uhr gibt, die er noch nie vorher gesehen hat, wie er die in die Hand nimmt und dann analysiert und quasi von sich gibt, was er auch in einem Review von sich geben würde, ist Wahnsinn, ihn zu sehen. Er ist wirklich eine Art kleiner Roboter für Uhren. Aber ihn würde ich auch nie im Leben nach irgendwelche Modetrends fragen. Man muss ihn ja nur anschauen und wissen, dass er da überhaupt keinen Wert drauf legt. Hat er ein gutes Händchen oder hat er eine gute Meinung über Uhren? Absolut. Würde ich ihn über Uhren fragen. 100 Prozent. Aber halt nicht über Mode oder Lifestyle oder irgendwas anderes. Und deswegen denke ich, ist es da auch so eine Sache, das braucht man nicht zusammenbringen. Das ist nicht unbedingt wichtig. Man hat überlegt, das ist halt der Heilsbringer. Das ist unser Weg zu mehr Umsatz. Und das ist das Problem, wenn man Investoren oder Anteilseigner hat, die Wachstum sehen wollen, die nicht damit zufrieden sind, dass man halt Profite macht und irgendwie eine kleine Firma ist. Sagen wir mal, die machen 50, 100 Millionen Umsatz, nee, das wäre ein bisschen zu viel, 50 Millionen Umsatz im Jahr oder vielleicht mehr, 60, 100 Millionen, ja, sagen wir mal, 100 Millionen Umsatz im Jahr machen Profit. Alle sind glücklich. Nee. Wenn man Firmen investiert, wie zum Beispiel Venture Capital Firmen, die wollen Wachstum sehen. Die wollen diese Firma, diese jetzt für, weiß ich nicht, ihre Investition von 30, 40 Millionen, die wollen die dann halt mit einem Mehrfachen davon weiterverkaufen. Die wollen kickstarten. Die wollen sagen, okay, du machst jetzt hier richtig großen Wachstum und dann verkaufen wir unseren Anteil für halt ein Mehrfaches von dem, was wir reingesteckt haben. Wir sind nicht in dem Business und einfach nur 5% oder 10% Rendite und glücklich sein. Das machen wir nicht. Das ist nicht unser Business. Wir wollen halt die Multiplikatoren. Wir wollen diese, wir wollen richtig Geld verdienen. Und da, wenn man solche Leute sich an Bord geholt hat, hat man ein Problem. Da muss man liefern. Und das, denke ich, hat jetzt entweder dazu geführt, dass die Unternehmen, die da investiert haben, gesagt haben, entweder wir schreiben jetzt unsere Investition ab und vergessen es und sagen, okay, das war's. Egal, wir konzentrieren uns auf was anderes. oder man sagt einfach, wir übernehmen es jetzt einfach selber, wir kaufen euch raus und dann machen wir es alles selber. Wer weiß. Wer weiß, was die Zukunft uns bringt. Ich, wie gesagt, bin zuversichtlich, denn ich sehe schon jetzt in den letzten Zeiten, in den letzten paar Wochen schon, dass man mehr und mehr und mehr Berichte schreibt über die Uhren selber wieder, so ein bisschen wie früher. Also mir fehlt immer noch ein bisschen das Tiefe, das in die Tiefe gehen, der Hintergrund, wenn man wirklich ganz tief reinbohrt in die Zahlen, wie Joe Thompson das gemacht hat oder in die Technik oder in das Guillaume oder keine Ahnung was. Das wäre wirklich etwas, was ich von Houdinki wieder erwarten würde und fände ich toll. Und da würde ich ja wieder zurückkommen und wieder weiter bei denen wieder lesen, wenn sie es denn schaffen, die Kurve zu kratzen. Ich wünsche es ihnen. Ich schulde ihnen was. Die haben mich in dieses Hobby gebracht, das ich so genieße. Ja, ich wünsche ihnen alles Beste. Mögen sie die richtigen Entscheidungen fällen. Wenn sie es tun, dann bin ich da und werde es lesen. In diesem Sinne, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020